Es sind knallharte Vorwürfe von der Ex-Frau und nun bekommt sie ihre Antwort. Manuelson behauptet selbst, dass er monatelang nichts dagegen unternommen hat. Dabei hat sie ihn angeblich erpresst, wollte ihm mit der Tochter drohen und ihn belasten. Doch damit soll nun Schluss sein, denn der Rapper will sich nicht mehr unterdrücken lassen. Er packt knapp eine halbe Stunde aus über seine Ex-Frau. Unter anderem soll er nur geschwiegen haben, weil sie eventuell Sachen ausplaudert, die ihm schaden könnten. Doch das soll ihn nicht mehr aufhalten. Es soll passieren, was auch immer passieren soll, betont der Rapper. Eine interessante Story ist unter anderem, dass seine Ex-Frau scheinbar Kontakt aufgebaut haben soll zu einem französischen Fußballspieler. Als er ihr intime Fotos geschickt hat, erpresst sie ihn. Wenn er ihr kein Geld gibt, wird sie alles leaken. Später sollen angebliche Ghetto-Boys die Ex-Frau von Manuelson gesucht haben, um ihr eine Abreibung zu verpassen. Nur eins der Storys, die er erleben musste, die sie angeblich abgezogen hat. Auch ein paar Wörter richtet er an andere Personen. Unter anderem TikToker, Rapper oder auch ähnliches. Denn er bietet jedem Frieden an. Wer das nicht annehmen will, soll ihn trotzdem in Ruhe lassen. Ansonsten kassieren sie ihre Quittung. Weitere unzensierte Videos und Fotos gibt es wie immer in der exklusiven WhatsApp-Gruppe. Außerdem gibt es auch ohne Ende Material auf Instagram Rap Check. Schaut da vorbei und viel Spaß. Wenn ich euch sagen würde, was die Mutter und die Schwester abgezogen haben, bei Allah, bei Allah, bei Allah, ihr werdet das nicht glauben. Weil sowas macht kein Mensch. Sowas macht kein Mensch. Sowas macht einfach kein Mensch. Ganz einfach. Sowas macht kein Mensch. Was muss eine Schwester und eine Mutter tun, dass keine ihrer Brüder... Doch, einen Bruder. Einen Bruder gibt es. Okay. Einen Bruder gibt es. Der zu Hause bei der Mutter wohnt mit 35 und noch nie eine Freundin hatte. Den gibt es. Okay. Das ist der Einzige, der noch da redet. Okay. Ansonsten, alle anderen haben sich distanziert. Haben sich distanziert. Ganz einfach. Und was muss eine Mutter und eine Schwester getan haben, damit Söhne keinen Kontakt zu ihrer Mutter haben wollen. Okay. Mehr will ich dazu nicht sagen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Es sind Sachen rausgekommen über diese Person, die so abscheulich sind, die so abscheulich sind, dass ich heute bis ins Knochenmark bereue, dass ich sie jemals in Betracht gezogen habe, eine Ehefrau zu sein. Okay. Es sind Sachen über sie rausgekommen, die sind die Hölle. Gut, mich interessiert es nicht mehr. Ich habe mit der Frau nichts zu tun. Die kann froh sein, die kann froh sein, dass sie die Mutter von meiner Tochter ist. Das ist das Einzige, was sie irgendwie irrelevant hält. Oder was sie irgendwie wertvoll macht. Okay. Das ist das Einzige, was sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen wertvoll macht. Okay. Ansonsten, wallabilla, kein Mensch, kein Mensch wird sich dahin drehen, wo die läuft. Kein Mensch. So. Ihr möchtet gern, ihr möchtet gern Getue auf. Ja, ich bin so, ich bin so, äh, ich bin so, äh, wie heißt das? Ich finde mich selbst und eine starke Frau muss das tun. Und ja, ich bin hier in meinem Healing Process, ja, und ich möchte mich hier, äh, ich möchte mein Inneres Selbst entwickeln und ich rede immer so ganz ruhig und ganz leise. Das ist die größte Show, die es gibt. Einmal, einmal ruft mich ein alter Kollege an. Es ruft mich ein alter Kollege an, der sagt, hör mal zu, sie ist in Gefahr. Ich sage, wie, sie ist in Gefahr? Ja, die ist in Gefahr und ich sage, und ich sage das, und ich sage das, weil sie halt die Mutter von deiner Tochter ist. Ich meine, wie, die ist in Gefahr? Ich meine so, es sind Franzosen, jetzt hört euch die Geschichte an, es sind Franzosen unterwegs nach Mülheim. Die wollen die lang machen. Ich sage, wie lang machen? Ja, lang machen. Ja, warum lang machen? Du meinst so, die hat, die hat sich mit irgendeinem Fußballspieler rumgetrieben. Mit irgendeinem französischen Fußballspieler hat die sich rumgetrieben. Und dieser Hurensohn hat der irgendwelche Dickpics geschickt. Okay, irgendwelche Dickpics. Und was macht sie, was macht sie? Sie geht und erpresst ihn, sie geht und erpresst ihn, damit, das seiner Frau zu zeigen, wenn nicht Betrag so und so kommt. Und dieser Typ ist Multimillionär, keine Ahnung, irgendein Fußballspieler, irgendein berühmter, ich weiß nicht wer, irgendein berühmter Fußballspieler. Okay, wenn nicht Betrag X so bezahlt wird, dann schickt er die Bilder seiner Frau. So, und der Typ heuert irgendwelche Jungs aus dem Ghetto an und sagt, ey, findet mir diese Alte, die soll auch für mich zu erpressen. Jetzt sind irgendwelche Leute unterwegs nach Mühleim, um die Alte abzufangen, um der was anzutun. So, und die Tochter springt da irgendwie rum. Versteht ihr, was ich meine? Mit so Sachen muss ich mich hier abquengeln die ganze Zeit. Obwohl ich mit der nichts zu tun habe. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar noch so gütig, immer wenn sie Probleme hatte, immer wenn sie irgendwas hat. Und guck mal, ich zeige wieder Respekt, ich erzähle jetzt noch nicht was. Okay, so viel Respekt habe ich noch. Immer wenn sie irgendwas hatte, stand ich immer sofort da, weil sie die Mutter von meiner Tochter ist. Obwohl ich die hasse wie die Pest. Okay, so. Dieses komische Video, was sie da gemacht hat, damals vor zwei Jahren, habe ich bis heute nicht angucken können vor Fremdscham. Vor Fremdscham, ich habe dieses Video bis heute bei Allah noch nicht einmal gesehen. Ich habe ein paar TikTok-Ausschnitte gesehen, habe immer sofort weitergescrollt. Weil was sie, weil wie, 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 ich frage mich, wie hat sie das geschafft? Wie hat sie das geschafft mit diesem leichtenen Keller? Mit diesem leichtenen Keller. Und mir ist egal, was sie jetzt rausgeht und was sie sagt und was sie erzählt und was sie tut. Und ich schwöre bei Gott, ich schwöre bei Gott, wenn sie, wenn sie nicht aufhört, wenn sie nicht aufhört, im Internet suggerieren zu lassen, dass ich angeblich ja so ein schlechter Mensch und so ein schlechter Vater bin. Ich schwöre bei Gott, ich werde alles erzählen, alles erzählen, mir egal, mir egal, wie hoch die Anklage ist und mir egal, wie hoch sonst etwas ist und mir egal, was sie macht und was sie tut. Ich werde alles erzählen, ich werde alles über diese ganze verrottete Familie auspacken, außer der älteste Bruder, außer der älteste Bruder. Ich werde alles über diese verrottete Familie auspacken, weil Wallabilla, das, was die Mutter und was die machen, ist doll und Wallabilla, Unterdrückung ist das, Unterdrückung. Ich habe euch damals schon gesagt, ich werde erpresst und ich werde unterdrückt. Ich habe euch das damals schon gesagt, aber dann habe ich mich zusammengerissen und habe nicht geredet. Ich habe euch damals das schon gesagt. Ich habe euch das damals gesagt und heute, ich sage das, ich schwöre es dir, weil ich habe keinen Bock mehr, mir das anzuhören. Und das Gleiche gilt auch für ein paar andere Pisser da draußen. Von jetzt ab, ich schwöre auf meine Mutter. Wer es haben will, der kriegt es. Wer es haben will, der kriegt es. Ich deck keinen mehr. Ich lüge nicht mehr aus politischer Korrektnis. Ich habe mit niemandem einen Vertrag, ich habe mit niemandem einen Vertrag, außer mit meinen Brüdern. Und ansonsten können mich alle am Arsch lecken. Es können mich alle am Arsch lecken. Ich werde nicht mehr ein bisschen lügen, nicht ein bisschen verdecken, ein bisschen dies, das, damit ich immer, damit mir immer nachgesagt wird, ja Manuel, ja Manuel, dies, das. Du hast, ja, du hast den gelassen. Du hast den in den Stich gelassen. Du hast den verraten. Du hast das gemacht. Bruder, der Einzige, der mit erhobenen Kopf hier laufen kann, bin ich. Der Einzige, der mit erhobenen Kopf hier laufen kann, bin ich. Und jeder außerhalb dieses Internets weiß das. Jeder außerhalb des Internets weiß das. Und ich habe keinen Bock mehr, mir das anhören zu lassen. So, diese ganzen Weiber, die da draußen rumrennen, weil ich ein Esel bin, weil ich ein Esel bin und irgendwelchen Weibern diesen Wert gegeben habe, dass sie irgendwas sind. Die sollen sich nicht dahin stellen und so tun, als ob ich der schlechteste Mann der Welt bin. Die sollen mich nicht anfangen lassen zu reden. Ich schwöre auf meine Mutter. Ich habe die Nase gestrichen voll. Ich habe die Nase gestrichen voll. Ich schwöre, mir steht es bis zum Haaransatz. Wallah, billah, ich habe kein Saber mehr. Ich habe keine Gnade mehr. Und ich habe keine Geduld mehr. Nichts, gar nichts. Ich schwöre es dir. Von jetzt ab, wer mir auf den Sack geht, wer mir auf den Sack geht. Ich schwöre auf meine Mutter, ich erzähle alles über den. Alles über den. Und ich habe 20 Jahre lang geschwiegen. 20 Jahre lang habe ich geschwiegen. Ich schwöre, wer jetzt mir auf den Sack geht, ich werde alles über den erzählen. So. Und wenn ihr das dann gehört habt, wenn ihr das dann gehört habt, und weil eh keiner was dagegen sagen kann, weil ich nicht lüge. Okay. Keiner wird irgendwas aus dem Ärmel ziehen können, von wegen, dass ich lüge. Weil ich spreche nur die Wahrheit. Wallah, billah, wer die Eier hat, zu mir zu kommen und dann sagen, ey Manuel, Entschuldigung, tut mir leid, ich wusste nicht. Ich schwöre, der kriegt von mir direkt eine rechte Gerade. Ich schwöre, dem baller ich direkt eine rein. Keiner soll zu mir kommen und sagen, ey Entschuldigung, ich habe dir Unrecht getan. Mann, geht, verpisst euch alle. Ich schwöre es dir, außer die, die von Tag 1 und die ganze Zeit an meiner Seite waren, die danach ankommen wollen und sagen, ey Manuel Wallah, ich wusste das nicht, geht, verpisst euch. Geht, verpisst euch. Ich schwöre es dir, geht, verpisst euch. So, geht, verpisst euch. So, geht und verpisst euch. So, ganz einfach. Ach, geht und verpisst euch. Ich schwöre, ich fick sowas. Was ist das denn? Leute mit ihren Insta-Stories, ja, manche Leute, manche Leute, behandelt deine Tochter gut, weil sie weht eines Tages diese, ey, ey, behandle du deine Tochter gut, behandle du deinen Sohn gut, behandle du deine Kinder gut. Ich schwöre, hab du Angst vor Gott, hab Angst vor Gott. Ich schwöre auf meine Mutter, wie peinlich das ist, was ich hier machen muss. Wallah, wie peinlich. Ich schwöre richtig peinlich. Peinlich. Aber heutzutage, das ist ja so. Bei mir spielt die Öffentlichkeit ja immer ein großer Faktor. Die Leute gehen und erzählen in der Öffentlichkeit über mich, was sie wollen. Was sie wollen, erzählen die Leute in der Öffentlichkeit über mich. Normal gehe ich raus und hab nur Tante nach, weil die Leute in die Öffentlichkeit gehen und jedes Mal irgendeine Scheiße erzählen. Jedes Mal irgendeine Scheiße erzählen. Und ich schwöre es dir, ich warne jeden, ich warne jeden, der mir hier immer live geht und sagt, ja, der Manuel so und der Manuel so und aua, aua, mal flutschi, flutschi. Ich schwöre es dir. Mahmoud, guck mal, jetzt auch an dich, ich schwöre es dir. Guck mal, letztens hast du noch gesagt, guck mal, du willst Kher haben, okay? Ich mach das Wort von unserem großen Bruder, ich mach das Wort nicht kaputt. Lass mich nicht den Namen sagen hier. Ich mach das Wort von unserem großen Bruder nicht kaputt, mit dem wir beide am Telefon waren und gesagt haben, Kharos, man, jetzt auch bis Kher. Okay? Wenn du Kher willst, okay, Habibi, kein Problem, Kher, Kher. Du hast deine Sprache gemacht, flutschi, flutschi, aua, aua, Manuel ist schwanger und dies und das und aua, aua. Kein Problem, vergessen wir alles. Vergessen wir alles. Wallah, 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 Wallah. Bitte lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Lass uns bitte nicht hier streiten. Ich hoffe, meine Mutter, weil ich werde das nicht mehr hinnehmen. Bruder, ich bin ein erwachsener Mann, Bruder. Ich bin 45 Jahre alt. Das, was du machst, ist Eib. Wallah, ist Eib. Guck mal, Kherman, dein Bruder, Kherman, dein Vater, Allah, Yerhammo, wir haben uns mit dir nicht gestritten und wir wollen mit dir keinen Streit. Du bist einer von hier. Und du hast jetzt deinen TikTok Spaß gemacht, lang genug auf meine Nerven. Ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Okay? Jetzt reicht es. Es reicht. Hör auf damit. Hör auf damit. So. Ich will keinen Streit. Wenn du Kher willst, Khalas Kher. Von jetzt ab, mach dein Internet, mach dein Internet Sachen, mach mit wem du willst. Nur lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Bruder. Ich bin 45 Jahre alt, Bruder. So. Ich bin 45 Jahre alt, hör auf damit. So. Das sag ich dir auch. So. Und ich sag das auch jedem anderen. Hamid Khan, fang du auch erst gar nicht an. So, ich hab dich immer gemocht. Ich war immer respektvoll. Letztens, diese Ansage war unnötig. War unnötig. Wenn das Fremde machen würden, kein Problem. Das war unnötig von dir. Hör auf damit. Hör auf damit. So. Ich sag immer nur nix, weil mein Bruder G hat immer zu mir kommen und sagt, lass, nimm dir das nicht zu Herzen. Lass die laufen. Lass laufen. Lass laufen. Bruder, ich lass gar nix mehr laufen. Ich lass gar nix mehr laufen. Bruder, gestandener Mann. Jeder Hurensohn kommt hier in meine Kommentarleiste und schreibt irgendwas. Schokobong, dies, das, das, das. Palabra, dies, das, tralala. Nur weil die denken, dass es lustig ist, weil irgendwelche anderen denen die ganze Zeit einflößen. So, weißt du, was ich meine? So, hört auf damit. Hört auf damit. Ich hab euch im Ramadan allen den Frieden angeboten. Fast allen. Ich hab euch allen den Frieden angeboten. Okay? So, und ich meinte das ernst. Und ich schwör auf meine Mutter, ich bring euch allen Krieg. Ich sag euch ganz ehrlich, meine Nerven sind am Ende. Meine Nerven sind am Ende. Ich hab gar keine Geduld mehr. Ich hab gar kein Sabern mehr. Ich hab auch kein Verständnis mehr für irgendwelche, für irgendwelche rassistischen, für irgendwelchen rassistischen Scheiß, für irgendwelchen respektlosen Scheiß oder für irgendwelchen Scheiß generell. Ich schwör, ich sag euch, ich hab keine Geduld mehr. Keine Geduld. Lasst mich in Ruhe. Ich verlasse mich in Ruhe. Ich krieg einen, ich krieg einen, ich krieg einen, ich krieg einen Durchdreher. Hört auf damit. An die Rap-Check-Community. Jetzt seid ihr wieder up-to-date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über den Stream von Manuelsen? Und glaubt ihr, dass es deswegen Konsequenzen geben wird? Ich freu mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.